Mein Name ist Thilo Dietrich von der Zimmerei Dietrich in Rüdershausen. Wir suchen Verstärkung und zwar fürs Büro. Wir suchen einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die natürlich die fachliche Kompetenz mitbringt. Logischerweise, wir sind eine Zimmerei, denn da geht es schließlich um Abrechnungen, um Angebote, Schreiben, alles was da so zugehört. Wir suchen natürlich auch jemanden, der Lust auf einen kooperativen Führungsstil hat. Der gerne mal mit uns diskutiert, der mit uns plant, der auch mal gerne mit uns einen Kaffee trinkt und mal eine Woche Revue passieren lässt. Da wäre es klasse, wenn ihr euch bei uns bewirbt.